Wir hören, es geht los. Wir sitzen hier in der Taz-Kantine. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Röhren, hätte man früher gesagt, vor dem Internet. Neben mir sitzt Tom Kummer, der freundlicherweise hierher gekommen ist, obwohl hier sonst keiner sein darf, außer wir haben ein paar so interne Gäste, die sitzen hier links von euch nicht zu sehen. Wir sprechen heute über dieses Buch, hier drüben steht es nochmal, Tom Kummer von schlechten Eltern. Ein Roman, Tropenklett-Kotter, erscheint glaube ich am 14. Heißt, in zwei Tagen so ungefähr? Ich habe es schon in der Buchhandlung gesehen. Es gab so einen öffentlichen Termin und ich habe es gestern bekommen, wahrscheinlich habe ich es bekommen mit der Auslieferung in die Buchläden. Das ist für mich, also ich habe das erste Buch der Reihe, war Blow Up, dann kam Nina und Tom. Das erste habe ich nicht gelesen, aber ich habe Nina und Tom gelesen, was ich ein sehr schönes Buch fand und für mich ging es jetzt nahtlos über von dem einen in den anderen Romanen. Und ich sage vielleicht nur so zwei, drei Sätze, worum es da geht, damit man das Setting so ein bisschen versteht. Es geht darum, dass eine Figur namens Tom Kummer, die so heißt wie der Autor, meist durch die Nacht fährt, über die schweizerischen Autobahnen, weil er in einem Limousinenservice als Chauffeur arbeitet für so meist VIP-Gäste. Das ist ein schönes Auto. Ich habe es mir gar nicht angeschaut im Internet, aber das kann man vielleicht gleich nochmal abfragen, inwieweit das der Realität entspricht und was das für eine Maschine ist. Also er gleitet durch die Nacht, macht sich seine Gedanken, sieht auf der Windschutzscheibe öfters in der Nacht seine verstorbene Frau Nina, führt Zwiegespräche mit ihr, sie spricht zu ihm, er denkt darüber nach. Dann gibt es noch zwei Söhne. Der eine Sohn heißt Frank oder Frank wahrscheinlich, weil der in Amerika lebt, nämlich in Los Angeles. Der ist mit 18 Jahren in Los Angeles verblieben, als Tom Kummer mit seinem anderen Sohn Vincent, kurz Vince genannt, in die Schweiz gezogen ist, wo Tom Kummer auch herkommt. Und das ist eigentlich das Setting, in dem man sich bewegt. Eine wichtige Rolle spielen Fahrgäste, die, wie gesagt, eben diese VIP-Gäste sind, die eher, glaube ich, häufiger Männer als Frauen sind. Viele von ihnen sind aus afrikanischen Ländern, weil das eine Verbindung von dem Besitzer dieses Chauffeurdienstes zu Afrika gibt und weil viele Afrikaner Verbindungen zur Schweiz haben. Es geht auch um die Schweiz als Raum, sage ich jetzt mal. Die Berge, aber auch die Schweizer Geschichte, den Schweizer Reichtum, die Schweizer Gesellschaft, also dieses Zwinglianische, Stränge. Es geht um den Nachbarn, der beobachtet, was diese neue Kleinfamilie da eigentlich so treibt, was auch bestimmte Verwerfungen, sage ich jetzt mal, hervorruft im Buch. Und das ist im Grunde das Setting, kann man sagen. Also viel mehr muss man eigentlich nicht erzählen. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir so ein paar Sätze einfach rausgenommen aus dem Buch, die ich interessant fand, die für mich so thematisch eigentlich deutlich machen, wie viele Themen da verhandelt werden. Für mich waren das recht viele interessante Themen, die da angesprochen werden. Und wir haben uns vorher darüber unterhalten, dass das Buch auf eine sehr merkwürdige Art und Weise zu unserer Gegenwart passt, weil dieser fahrende Tom Kummer immer so Visionen hat beim Autofahren. Also er sieht nicht nur Nina, sondern er hat auch immer so wie so Halluzinationen, die so Katastrophisches andeuten. Also man sieht so Menschenkolonnen, die so aussehen, als wären sie Flüchtlinge am Rand der Autobahn. Er glaubt, Detonationen zu hören. Das heißt, irgendwie die Katastrophen in der Welt spielen sich in seinem Kopf, aber in seinem Sichtfeld sozusagen am Rand dieser Autobahn immer ab. Wie kam es zu dieser Idee? Und Handel ist das erstmal ein Buch, was aus dem generellen Krisenbewusstsein entstanden ist. Und wie verhält sich das eigentlich zu jetzt? Also wie fühlen Sie sich jetzt eigentlich an so einem Tag, wenn wir hier vorlernen, spülen, sprechen? Das Buch ist natürlich unter dem Eindruck der Trauer entstanden. Nina ist gestorben. Ich lebe ja noch in Los Angeles. Und die Trauer, die Schwermut, die hat mich wirklich in den Griff bekommen und liess mich auch nicht mehr los. Und es ist ein Zustand, der für mich in Los Angeles nicht lebensfähig war. Ich war entsprechend nicht fähig, in Los Angeles weiter zu existieren. Meine Söhne und da haben entschieden, in die Schweiz zu kommen. Das Setting für das Buch ist so entstanden, dass ich, als ich in der Schweiz ankam, habe ich ein halbes Jahr einen Fahrradjob angenommen. Und zwar gibt es ja die Botschaft in Bern, das ist ein bisschen wie Bonn, wo man mal war mit Botschaftsviertel und so weiter, auch in der Nähe, wo ich gelebt habe. Und mir hat dieses Setting gerade auch gepasst. Der Wagen, das Chauffieren, das Gleiten durch die Landschaft war auch für mich als Stilmittel eigentlich immer sehr wichtig. Diese Bilder korrespondieren mit dem, was diese Fahrgäste zum Teil sagen. Also ein Satz relativ am Anfang, der nimmt das Thema der Trauer auf, und der nimmt das Thema auf, dieser Wiederkehr der Bilder, der Erinnerung. Und da sagt ein senegalesischer Fahrgast, die Toten kehren zurück, sie kontrollieren dein Leben. Genau. Er bestätigt das, was in mir auch vorgeht. Nina ist präsent, Nina führt mich. Im Buch selber ist sie eine Stimme, die ich auch immer wieder vernehme. Ich blicke durch die Windschutzscheibe. Ich merke, dass sie etwas will von mir, dass sie mich möglicherweise sogar rüberziehen will in das Totenreich. Wenn man das jetzt einfach so sagt, dann tut das total pathetisch natürlich. Und meine Söhne haben mir natürlich auch gesagt, okay, snap out of it oder chill out oder in die Richtung. Wenn man das aber schreibt und als ein literarisches Konzept anwendet, einfach diesen Tunnelblick, dass man wirklich sich sagt, ja, die Trauer, die Melancholie, das ist ein Lebenszustand. Und wenn ich heute in der U-Bahn bin, hier in Berlin, dann habe ich auch das Gefühl, das ist tatsächlich auch ein Lebenszustand, der wir auch geniessen können, zum Teil. Dass die Melancholie einfach überhand nimmt. Und interessanterweise, ich meine, ich habe in Los Angeles 24 Jahre gelebt. Und dort wird alles grundsätzlich mit Ironie und Comedy bearbeitet. Und ich bin mit Comedy aufgewachsen. Ich liebe natürlich amerikanische Stand-up-Comedians. Und das ist natürlich auch eine Art von jüdischem Humor, der sich auch in der kaputtesten Welt dann mit Ironie quasi sich in einer neuen Ebene schafft. Und ich habe aber gefunden, ich komme wieder zurück aus den USA in die Schweiz. Und ich verarbeite das jetzt ganz sicher nicht ironisch, sondern ich mache eigentlich genau das, für das ich auch damals, als ich nach Berlin gezogen bin, Anfang der 80er Jahre in No Future, Joy Division, also das ganz Schwere und Tragische auch, dass ich das als meine Motivation für das Buch auch nehme. Natürlich könnte man jetzt auch nehmen, das ist ein total schwarzes, dunkles Buch. Zum Glück gibt es ja noch meine Söhne. Die holen einen da quasi aus diesem Tunnel heraus, den ich natürlich auch geniesse. Das ist eine Stimmung, die für mich auch ein Zuhause war. Wir haben uns vorhin schon mal kurz über das Elternsein und die Kinder unterhalten. Und da sind wir schon ziemlich einig gewesen darüber, dass das nicht nur in einem Fall von Leid und Trauer so ist, sondern generell so ist, dass die Kinder von klein auf einen natürlich umgekehrt auch an die Hand nehmen. Also man nimmt natürlich die Kinder an die Hand. Die erste Idee, die man hat im Verhältnis von Eltern zu Kindern, ist, dass die Eltern die Kinder an die Hand nehmen, sie in die Welt hineinführen, ihnen erklären, wie das alles funktioniert, für sie da sind. Und hier ist aber eine sehr starke Idee in dem Buch, dass dieser Tom Kummer, also Sie haben jetzt immer gesagt, ich, was ja interessant ist, da können wir uns nachher nochmal unterhalten, wie eigentlich das Verhältnis ist von Tom Kummer, dem Autor und Tom Kummer, der Figur oder überhaupt der Erzählung, weil die ist ja nicht eins zu eins authentisch. Das ist ja keine Autobiografie, sondern das ist ein Roman. Das heißt, da gibt es ja viele Elemente, die sie sich ausgedacht haben. Aber dass diese Söhne ihn, oder dass er sich auch auf eine Art und Weise an denen festhält und die auch wirklich die Kraft haben, ihn so durchs Leben weiterzuführen. Das am Ende, glaube ich, recht deutlich dann nochmal. Also man merkt es von Anfang an, das ist ja auch kein Spoiler, wir verraten jetzt auch nichts, aber das ist ein sehr, sehr starkes Motiv in dem Buch. Ja, zuerst mal sind die Kinder der Zugang zur Mutter, zu meiner Frau, zu Nina. Da spielt sich in dem Buch etwas ab, was für mich sehr schwierig war, eben auch zu beschreiben, nämlich die physische Nähe zu den eigenen Kindern. In dem Buch gibt es so, vielleicht für mich sind sie nicht verstörend, aber vielleicht für den Leser eine extreme Nähe, weil wir die Gewohnheit hatten, zusammen auch im gleichen Bett zu schlafen. Und es ging darum, wirklich eine Nähe zwischen Vater und Kind herzustellen, die ganz knapp so daran vorbeischrammt, dass man sagt, hey, ist das jetzt pädophil oder nicht? Und ich finde, zum Beispiel, ich kann mich gut erinnern an Momente auf dem Spielplatz mit meinen Söhnen, als sie noch jünger waren, die Art und Weise, wie Mütter mit ihren Kindern sich, sagen wir mal, körperlich verhalten können. Und wenn das Männer machen würden oder Väter, dann wäre das irgendwie ein Problem. Also das ist natürlich ein Element, das in diesem Buch auch ausgespielt wird, ganz klar, ja. Das würde ich genauso wahrnehmen. Also diese Frage von Verstörung, die gibt es nur so, aber für mich nur ganz leicht, weil das mag daran liegen, dass es genau diese Idee gibt, dass das nicht das Bild ist, das weitergetragen wird und was gedacht wird über Väter. Das wird dann doch, also wenn man sowas liest, merkt man, wie stark doch unsere Männer- und Väterbilder noch sehr traditionellen Ideen quasi mit denen verbunden sind, weil wenn das jetzt eine Frauenfigur gewesen wäre, hätte es dieses Stutzen, das leichte oder das schwere Stutzen gar nicht gegeben, weil das wäre einfach normal. Weil das ist normal, dass eine Mutter so eine Intimität und Nähe zu den Kindern hat, den Vater aber nicht. Und es gibt ja aber auch, sozusagen Tom Kummer, der Autor, hat ja auch dazu einen Kommentar dann sozusagen geschrieben, nämlich in dem es dann eine Stelle gibt, wo Thomas Mann auf einmal auftaucht. Also er führt dann so ein Zwiegespräch mit Thomas Mann und sagt, Thomas Mann, also wenn du heute leben würdest, dann gibt es ein Problem mit dir und deinen Büchern und dann sprechen sie über genau diese Frage und zugleich, und da kommen wir vielleicht auf das Thema, was ich eben schon angesprochen habe, und ich weiß gar nicht, ob Tom Kummer das sagt oder Thomas Mann das sagt, die Idee, ja Leute, also Literatur ist Literatur und das Leben ist das Leben und was diese Bilder uns sagen und was die Wirklichkeit ist, das sind noch zwei Paar Stiefel. Ja, die Szene hat mich, ja gut, ich war dort auf dem Friedhof in Kirchberg, das spielt da auch in, also dort wurde der Friedhof von den Manns, der ganze Familie ist dort begraben, da spielt sich eine Szene ab und da habe ich quasi so als im fantastischen Realismus, der natürlich stark hier wirkt, ein Gespräch mit Mann, Horzes. Na, bei Thomas Mann ist interessant, dass er bei Tod in Venedig natürlich auch, das ist ja auch ein Outing im gewissen Sinn, das war aber damals bei der Kritik überhaupt nie ein Problem, also man kann auch sagen, dass damals einfach Ästhetik ganz klar über Ethik stand und man hat das in dem Sinne ästhetisch vergeben, oder? Heutzutage, also weiss ich nicht, wie man ein Buch in die Richtung schreibt, ich glaube, Pädophilie und irgendwie Faschist sein oder so, das ist so das, was man ganz sicher nicht tun sollte. In einem Buch. Fragen Sie mich noch was? Ich mache weiter, ja. Der Gedanke ist gut abgeschlossen, das ist in der Tat so, ja. Ich gucke noch weiter auf meine Blätter hier so, ich habe jetzt keine so fernsehmäßigen Karteikarten, die mir noch jemand vorgeschrieben hat, sein, ich habe hier so Blätter, das ist ein ordentliches Chaos hier auf dem Tisch, ist eigentlich schade, dass wir keine so eine Kamera von oben haben, die uns hier noch ein bisschen zeigt, was hier eigentlich so vor sich geht. Das sind also diese vielen Teile. Das Problem ist, dass viele von diesen Themen so verschiedene Aspekte ansprechen und man kommt dann leicht von einem wieder weg zum anderen. Ich habe wirklich noch eine Frage zu dem, oder ich habe so eine merkwürdige Idee dann entwickelt und mir gedacht, also in Nina und Tom geht es an irgendeiner Stelle über die Interviews, die ja in ihrem Leben eine extrem wichtige Rolle gespielt haben. Also diese tollen Interviews, die alle gelebt haben, die also für mich eine sehr schöne Form der Literatur auch sind. Problematisch war ja nur, dass sie quasi im Rahmen des Journalismus stattgefunden haben, was damals ein großer Skandal war und eigentlich auch so ein Kapitel, der im Grunde der bundesdeutschen Journalismus- und Mediengeschichte inzwischen eigentlich ist. Das kommt in Nina und Tom ja auch vor und das fand ich jetzt interessant eben an diesem ganzen Setting. Also es gibt die Figur Tom Kummer, es gibt viele, viele Details in diesen Romanen, die der Wirklichkeit entsprechen, also die wahr sind in dem eigentlichen Sinne. Es gibt viele Dinge, die, wie ich vermute, fiktional sind. Es geht schon damit los, dass auf einmal die Söhne anders heißen als in Wirklichkeit, wo man schon merkt, Moment, also spätestens an der Stelle ist hier nicht einfach Autobiografie, sondern passiert schon mal was anderes. und ich habe dann die Idee für mich irgendwann mal gehabt, so interessant, dass in diesem journalistischen Format des Interviews, das von diesem Authentischen lebt, also da sagt jemand wirklich was, die waren im Grunde sehr gut kompiliert und jetzt gibt es umgekehrt Romane, die voller wahrer Momente sind. Ist das generell so ein, gibt es da einen Zusammenhang da drin oder ist das vielleicht eine Form von Ironie oder von einem fast comedyhaften Zugang zu dem, was da mal passiert ist? Also grundsätzlich hole ich mein Material natürlich aus meinem Leben. Das ist einfach mir am nächsten. Ich meine, ich wurde jetzt einfach, wir wurden als Familie getroffen von diesem Tod von meiner Frau und das hat Gefühle freigesetzt und hat mir auch einfach, klar, auch den Stoff geliefert, über etwas zu schreiben, was ich kenne. Dass ein Roman konstruiert wird, dass es Arbeit ist, es ist kreative Arbeit, das ist doch ganz klar. Ich meine, es ist natürlich keine Autobiografie, aber es wird gefüttert vom Erlebten, von dieser tieferen Wahrheit, die ich auch erfahren habe. und ich versuche, die in einem Werk unterzubringen und konstruiere einen Roman. Dass ich die Passagiere bei mir habe im Wagen, war für mich ideal als Resonanzfläche. Ich spiele ganz viele Themen der Gegenwart an mit ihnen, aber das geht nirgendwo hin, weil ich bin absolut kein Autor, der jetzt die Lösung anbietet. Ich meine, es gibt zum Beispiel gerade in der Schweiz immer noch diese Hoffnung, dass der Autor die Gesellschaft weiterführt in die Zukunft. Damit ist man wohl von Max Frisch und von Dürrenmatt so verwöhnt gewesen, dass man glaubt, der Autor ist wirklich jemand, der so predigerhafte Lösungen anbietet. Ich glaube, dass es mag sein, dass es diese Autoren gibt. Für mich ist Literatur etwas Ästhetisches. Es geht um Ästhetik. Wo natürlich über Ästhetik wird aus dem Leben erzählt. Aber ich bin wirklich sehr viel mehr, wie die Amerikaner auch sagen, don't tell, show, don't tell. Ich will Bilder entwerfen, ich will Stimmung erzeugen und den Leser mitnehmen. Also diese Autorenfigur, der Hoffnung gibt oder vielleicht sogar Erlösung gibt oder sagt, wo es lang geht, ist im Grunde ja so eine Figur des protestantischen Priesters. Also das ist so eine sehr kulturprotestantische Idee, dass statt dem Mann auf der Kanzel oder in der Kirche gibt es jetzt diese Autoren, die geben uns Trost, die geben uns Hilfestellung in unserem Leben, die sagen, liebe Leute, schaut her, ja so und so ist es und daraus folgt dies. Denkt mal drüber nach. Nein, also das mag eine Sparte sein, die abgedeckt wird. Ich bin mehr für Lesergenuss. Natürlich eine Erfahrung. Natürlich soll man eine Erfahrung machen. Man soll ganz tief in eine Erfahrung reingezogen werden. Aber eben im Rahmen der Hypermoral und der politischen Correctness, dass ich jetzt irgendwie komme und Lösungen anbiete, das ist nicht mein Ding. Das ist für mich auch hinderlich, um mich sprachlich auch einfach auszuleben. Sie haben gerade schon diese Fahrgäste erwähnt. Die Fahrgäste sind natürlich ein extrem wichtiges Vehikel, um etwas zu erzählen. und ich sehe das genau so. Also mittels dieser Fahrgäste können Fragen verhandelt werden in so einem Hin und Her, in so Dialogen. Die Fahrgäste blicken alle, glaube ich, alle von diesen Fahrgästen blicken auf das Foto der Familie, das Fahrer Tom Kummer immer, wenn er fährt, auf die Konsole klebt. Und alle diese Fahrgäste oder jede von diesen Fahrgästen sprechen sozusagen einen anderen Aspekt von Familie an, von Verhältnissen, erzählen eigene Geschichten. Also da gibt es dann auch einen, der hat auch seine Frau verloren. Da gibt es sehr, sehr viele Geschichten, die sich da anschließen. Das fand ich ein sehr gutes Stilmittel. Das hat mir gut gefallen. Was aber auffällig ist, dass, weil ich habe jetzt gerade schon den Prediger erwähnt, es kommt einmal ein Prediger vor, der bei der Beendigung, glaube ich, der Großmutter spricht. Tom Kummer erinnert sich an seine Kindheit. Ich muss mal gucken, ob ich das Stück hier finde. Das fand ich nämlich interessant. Der kommt nicht so gut weg. Und wir haben ja ausgemacht, ich lese immer so ein paar Sätze, vor denen man sich vorstellen kann, wie klingt das. Das mache ich jetzt kurz. Das sind auch nur drei Sätze. Mitten im Leben sind wir des Todes, spricht der protestantische Pfarrer aus Altstätten bei der Abdankung. Es weinen Frauen vom Zürichberg, denen meine Großmutter Kleider geschneidert hat. Mitten im Leben sind wir des Todes, sprechen Pfarrer bei Abdankungen gerne. Das ist jetzt nicht so, als würde der Autor Tom Kummer damit was anfangen können. Auf der anderen Seite gibt es diese vielen und eben vor allem afrikanischen Pfarrgäste, mit denen der Chauffeur Tom Kummer dann so philosophische Gespräche darüber führt, weil er glaubt eigentlich nicht an dem Leben nach dem Tod. Andererseits hat er diese Visionen ständig und dieses Zielgespräch mit der toten Frau. Und die bringen dann so, ich kenne mich nicht so gut aus mit den afrikanischen Religionen, aber zum Teil so aus Westafrika, weiß ich das. Die bringen dann eben so afrikanische, und ich weiß, afrikanische ist sehr groß, es gibt viele Länder, es gibt viele Religionen dort, aber doch Vorstellungen mit, die dann in vielerlei Regionen ähnlich sind, nämlich des Weiterlebens nach dem Tod, nicht im Sinne von so einem christlichen Sinne, diese Seelen sind noch da, sondern die Toten spielen im Leben der Lebenden eine Rolle. Und die Lebenden müssen akzeptieren, dass sie auf irgendeine Art und Weise da sind. Und weil sie das nicht tun, gibt es ein Problem. Lese ich das richtig? Ja, natürlich. Das lesen Sie richtig. Wie gesagt, ich bin nicht hier angetreten, als Experte über Trauer ein Buch zu schreiben. Es ist einfach ganz klar, dass unsere Gesellschaft ja auch uns fast so ein bisschen befiehlt. Also ihr könnt trauern, aber danach müsst ihr ja auch wieder funktionieren. Weil sonst seid ihr ja irgendwie ein Element. Also trauernd ist man nicht mehr produktiv. Und mein Ding hier ist ja, dass mir das eigentlich völlig egal ist. Ich will in der Trauer so lange in dem Zustand bleiben, wie ich denke, dass es okay ist. Und vielleicht eben spiele ich auch mit dem Gedanken, ja tatsächlich, vielleicht, wenn man so eine intensive Liebe, und das ist ja der Ursprung, und das ist natürlich in Nihon und Tom ist dieser Boden schon entstanden, diese Intensität von Beziehung hatte über 30 Jahre, dass man wirklich sich fragt, ja, wieso soll ich eigentlich noch weiterleben, wenn meine geliebte Frau nicht mehr da ist. Das klingt altmutig, vielleicht. Andererseits habe ich das wirklich als ein Gefühl empfunden und ich spiele es hier, und ich sage ausspielen, weil man es natürlich literarisch hier verarbeitet. Vielleicht bin ich jetzt weggekommen von Ihrer Frage, aber natürlich haben wir andere Gesellschaften, also ich denke zum Beispiel gerade meine jüdischen Freunde in Los Angeles, wenn dort ein Familienmitglied stirbt, dann trauert man ein Jahr und hat ein ganz klares Ritual. Und meine afrikanischen Passagiere erzählen von der unglaublichen Feier, die es gibt für die Toten, die wochenlang andauert. Ich habe mich natürlich dann als Fahrer auch ein bisschen so in eine Stimmung hinein befördert, wo man, ich weiß nicht, ob man so Charon, ob das Ihnen noch was sagt, natürlich Totenreich, Fährmann und so weiter. Ich konstruiere da auch diese Verbindung zu griechischen Mythologie auch. Kommt immer wieder vor, aber vielleicht haben Sie ja... Ne, ich habe genau da wieder einen Satz, ne, das ist leider kein Satz, das ist nur eine Notiz, aber einer der Passagiere aus dem Kongo diesmal, bezeichnet den Tod als Hafen und der hält so einen kleinen Monolog darüber, was die Europäer eigentlich jetzt mal verstehen müssen und wenn sie das nicht verstehen, einfach Probleme haben werden und die Probleme seien ja auch offensichtlich. Und ich habe gefragt, stützt sich das auf Quellen? Also wie stark ist der Anteil von Recherche zum Beispiel bei diesen Aussagen? Wenn jetzt dieser Mann aus dem Kongo kommt und diesen Satz sagt, bei uns ist der Tod ein Hafen und fährt dann fort und erklärt, was der Tod in der Gesellschaft des Kongos bedeutet. Haben Sie viel recherchiert, was das angeht? habe ich schon. Ich trete jetzt nicht eben als Experte auf, gebe auch keine Ratschläge. Ich finde es einfach wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass Trauer ganz anders auch gefeiert wird und dass wir auch uns überlegen, wenn es dazu kommt, dass einem Vater, Mutter, die Geliebte stirbt, dass man sich auch einfach dem hingibt und dass man das ganz anders für sich entdecken kann und dass man das quasi wie in dem Buch dargestellt zu einer Art Lebensweise wird. Ich meine, ich bin Fahrer in der Nacht, ich will am Tag gar nicht mehr existieren, muss es eigentlich nur tun, wegen meinen Söhnen oder meinen Sohn und von dem her ist das Ritual der Trauer doch ein entscheidendes hier für das Buch. Und es gibt dann auch so philosophische Sätze, ich weiß gar nicht, aus welchem Dialog das jetzt wieder rumstand, das habe ich nicht notiert, ich glaube, das ist ein Dialog zwischen Vince und Tom und sie sprechen mal wieder über die abwesende Mutter und dann erklärt glaube ich Tom dem Sohn was und dann sagt der, was man liebt ist unsichtbar, stellt er die Frage und dann sagt Tom ja. Das fand ich sehr interessant, weil das ja sehr apothektisch ist, was man liebt ist unsichtbar, es gilt ja dann wahrscheinlich für die Toten, für die Abwesenden wie für die Lebenden, oder? Ja gut, ich meine, mein Sohn fragt sich natürlich an bestimmten Punkt schon, was ist das eigentlich, mit wem sprichst du eigentlich, wo ist Mama, Mama ist nicht da, was soll das? aber ganz klar ist natürlich, dass Sehnsucht und Liebe etwas bedeutet, was zum Teil eben meistens unsichtbar ist und vielleicht dann auch am stärksten wirkt. Und es gibt auch eine Komponente, die wahrscheinlich in so, würde ich jetzt mal denken, in den üblichen Darstellungen von Trauer nicht vorkommt, dass es auch sowas wie Zorn gibt. Also der Tom sagt an einer Stelle, in meinem Hirn trommelt plötzlich eine Wut, wieso hat die tote Nina diesen Einfluss auf uns? Da gibt es ja auch so eine Aggression, die auf einmal aus ihm rausbricht, warum muss ich mich die ganze Zeit eigentlich damit beschäftigen? Es ist ja nicht nur so, dass er das, wir haben vorher gesagt, die Melancholie lässt sich genießen, aber das Leid lässt sich nicht genießen und dieses Nicht-Verschwinden lässt sich auch nicht genießen und das fand ich einen sehr starken Satz. Ja gut, das geht einfach von der Theorie aus, dass die Verstorbenen ja sagen können, es ist unfair, dass du noch lebst, Tom, warum kommst du nicht zu mir? Ich meine, ich musste sterben mit 50 und du lebst weiter mit meinen Kindern, das ist irgendwie nicht okay, das ist nicht fair und das ist mit dieser auch persönlichen Todessehnsucht irgendwie verbunden. Natürlich geht es in dem Buch auch um Männerbilder, ich meine, vielleicht kommen wir da noch drauf, es ist natürlich die Identitätskrise des Mannes Ende 50er wird auch noch kurz. Ja, die kommt auch vor, aber gerne erzählst du drüber. Na gut, es ist natürlich überhaupt, ich habe da so eine Heldenfigur aus meiner Jugendzeit, Taxi Driver spielt eine wichtige Rolle. und wenn man das irgendwie offen heute zugibt, Taxi Driver ist mein Vorwurf, das wirkt man schon als Mann irgendwie total, fast lächerlich im gewissen Sinn, aber es ist natürlich so, dass das Beispiel Taxi Driver, die Rolle, die Robert De Niro spielt, ist natürlich ein extrem gebrochener Mann. Es ist erstens mal einer, der also kriegsgeschädigt nach New York zurückkommt. Post-Romantic Drama hat er da schon, wird klar bei ihm erkannt und dazu kommt eine Asexualität bei ihm dazu. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Buch versuche, irgendwie ein Männerbild zu kreieren, aber andererseits die Art von Hypersensibilität, die ich auch zugebe oder mit der ich auch schreibe, mit sprachlicher Zärtlichkeit und so weiter, ist schon auch vielleicht auch ein Versuch, ein Männerbild zu zeigen, das überhaupt nichts mit Magioid zu tun hat, das Gegenteil und auch sich zu finden dort drin. Und ich glaube schon, dass es die Zeiten verlangen, dass der Mann sich auch immer wieder jetzt neu definiert und auch versucht, neue Bilder zu entwerfen. Wie kann der Mann aussehen, der Zukunft? Und ja, das steckt sich ja auch drin, in den Dialogen, die ich zum Teil führe, mit der Frau vom New Yorker zum Beispiel. Da gibt es einen schönen Dreh, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, es gibt auch eine Journalistin vom New Yorker, die fährt mit und dann führt uns der Autor Kogma so ein bisschen hinters Licht, weil man denkt, das, was da jetzt beschrieben wird, passiert wirklich und da entwickelt sich eine sehr schöne Szene von Nähe, die halten plötzlich an, er zeigt ihr, sie steigen mit in der Nacht aus, sie hat erst mal so ein bisschen Angst, was macht dieser, ist dieser Chauffeur verrückt geworden, wieso, sie muss eigentlich, sie hat einen Termin, sie muss in ein Hotel und sie sagt, sie hat schon fünfmal gesagt, der soll sich bitte beeilen, dann gibt es irgendwie einen Nebel, er hält irgendwo an, mitten in der Dunkelheit, er steigt aus, er geht weg, er kommt wieder, sagt, steigen Sie doch bitte auch mal aus und dann gehen sie zusammen zu einem See und dann irgendwann versteht man aber, okay, das denkt er sich jetzt alles nur aus, das wäre das Stichwort dann so Männerfantasien, das ist jetzt aber keine besonders machistische Fantasie, wenn wir dabei bleiben wollen, sondern eigentlich auch eine sehr zärtliche Fantasie, einfach von so einem Verständnis, das sich jetzt mit dieser Potenzial, mit dieser Passagierin da entwickeln könnte, erweist sich dann aber, wie viele von den anderen Visionen und Halluzinationen auch in dem Fall so, leider, das finde man dann schade, das wäre so schön gewesen, das wäre so eine Erleichterung jetzt für ihn gewesen, wenn das jetzt wirklich passiert wäre, auch nur als ein Film, der in ihm abläuft. Das hat mir gut gefallen. Okay. Na, dort ist natürlich auch immer so, man weiß jetzt auch nicht, ob dieser Tom plötzlich irgendwie gewalttätig wird. Das ist etwas sicher, was ich immer wieder versuche in meinen Texten, dass man diese Ambivalenz, oder dass man gerade so auf der Messerschneide, und gut, bei der New Yorker, die Journalistin des New Yorkers, da versuche ich natürlich eine Figur reinzubringen, die quasi für Ordnung sorgen soll. Das ist natürlich die etablierte Journalistin überhaupt, die zwei Monate in der Schweiz recherchiert, was ist eigentlich das Paradies der Welt, die Amerikaner bewundern die Schweiz, weil wir wollen natürlich auch sehen, wieso funktioniert dieses Paradies. und da habe ich also diese Frau, die erzählt, dass sie überall war, dass sie auf den Bergen oben war, dass sie mit den Bankdirektoren gesprochen hat, dass sie mit Roger Federer gesprochen hat, und die hat einfach all das gemacht, was eine gute Journalistin natürlich macht. Und das ist eigentlich ein bisschen eine ironische Szene, weil da ist quasi mein Vorbild, oder diejenige, die mir sagen müsste, so macht man Journalismus, aber eigentlich langweilt sie ja dann auch, mit der Faktenhuberei, und so weiter. Und es ist ganz klar, dass eigentlich es viel spannender ist, einer tieferen Wahrheit nachzugehen, die ich vielleicht verfolge. Das sage ich jetzt nicht so, aber das ist sicher ein Punkt. Aber immerhin hat sie eine nicht schlechte Idee, dass sie nämlich die Fahrer, also die Kollegen von Tom befragt, und es stellt sich eben raus, dass der Chef, von dem alle diese Leute eingestellt hat, und sie entdeckt zumindest ein Muster, was interessant ist, also doof ist sie nicht, sie entdeckt ein Muster, dass nämlich alle diese Männer, ähnlich wie die Figur von Robert De Niro in Taxi Driver, eigentlich alle einen Trauma hinter sich haben, und mit dem irgendwie klarkommen müssen. Und eigentlich auf verschiedenen, die Geschichten werden nicht erzählt, aber es ist klar, die leiden auch an was, und die sind auch sozusagen aus der Welt auf eine Art und Weise geworfen, oder kommen nicht klar mit sich und der Welt. Und das immerhin findet sie raus, Nein, natürlich. Sie hat eine wichtige Funktion dort, und sie ist natürlich smart, und entdeckt das, und er erkennt auch, es gibt ja diesen, es ist ja wie eine kleine Geheimloge, von diesen Fahrern. Es gab diesen Film Fight Club, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wo sich Männer gegenseitig bekämpfen, um sich quasi zu läutern, oder zu befreien auch. Und nicht, dass es jetzt ein Vorbild war, aber es ist halt eben auch so eine Gruppe von Männern, dieser Fahrdienst, und Jean-Luc, man findet das dann mal raus, ist halt ein, das ist der Chef, richtig, das ist der Chef, und es ist ein Fluchthelfer, der hilft, alle seine Angestellten, denen hat er zur Flucht verholfen, aus Afrika, oder aus Nordafrika. Und er war das auch schon in L.A., wo ich ihn kennengelernt habe, wo er auch weg musste, aber er hat jahrelang gutes Geld, hat er Lateinamerikaner über die amerikanische Grenze geholfen. Also das ist so ein bisschen der Background. Aber viel wichtiger ist mir, dass sich diese Männer quasi eben mit diesem kleinen seelischen Schaden, nicht klein, sogar größer, sich einfach solidarisieren in diesem Fahrdienst. Ich habe hier noch einen Satz, ich komme mal mit diesen Sätzen, die Sätze sind auch sehr schön, ich weiß nicht, ob wir mit dem jetzt noch viel anfangen können, und ich glaube, da haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, aber ich will den jetzt nicht unvorgelesen, unerwähnt lassen. Das sind zwei Sätze. Langsam löst sich mein Blick von der Windschutzscheibe, wie lange habe ich in den versunkenen Bereich gestarrt. Also dieses versunkenen Bereich hat mir gut gefallen, weil damit im Grunde beschrieben wird, alle diese Vorstellungen, Halluzinationen, dieser quasi Blick in eine andere Welt neben der Wirklichkeit, der versunkene Bereich. Warum der versunkene Bereich? Das hat mich interessiert. Warum genau, warum heisst der so bei ihm? Oder kann man das gar nicht so sagen? Na gut, das ist einfach... Eingebung. Mir gefällt das einfach, versunkener Bereich. Besonders, wenn man beim 560er Mercedes oder auch beim 600er in die Windschutzscheibe schaut, kann man quasi, man hat ja diese grünen Informationsfenster, die man aufleuchten lassen kann. und die sind, kann man entweder grün einstellen oder rot einstellen, ich habe sie immer grün, fluoreszierendes Licht und mir gefiel, dass ich dort dieses Element finde, wo ich Zugang zu Nina habe, wenn ich dort reingucke. Ich meine, beim Fahren ist natürlich auch immer das Geisterfahren zum Beispiel ist immer ein Element. Ich überlege mir, ich nehme sehr oft die Hände vom Steuer. Jetzt beim 560er, das merkt er und das Intelligent Driving System, da kommt ein kleiner Alarm, ja, rangehen ans Steuer. Aber das sind so die Momente, wo ich Zugang zu Nina finde. Über die Windschutzscheibe, über das freie Fahren, über das Intelligent Driving System. Aber grundsätzlich fühle ich mich eigentlich ganz sicher in diesem Apparat. Ich meine, ich selber bin in Los Angeles eigentlich nur Hybrid gefahren, will ich einfach sagen. Ich mache jetzt hier, ich feiere hier jetzt nicht nochmal den alten Benzinmotor. Es ist einfach so, dass Mercedes, man hat mich ja letztens in einem Interview gefragt, ja, warum nicht BMW? Und ich muss einfach ganz klar sagen, das Buch kann nur, das kann nur Mercedes sein. Kann kein BMW sein, kein Audi sein. Es ist jetzt nur einfach so. Sorry. Ich will nochmal einen kleinen Sprung machen. Vorher ging es immer um die Wahrheit und sozusagen die Fakten. Es gibt einen Begriff, den haben wir nicht erwähnt, sowas wie Wahrhaftigkeit. Es kann ja, es muss ja nicht im Detail richtig faktisch richtig sein, aber es kann eine Wahrhaftigkeit in so einer Erzählung einfach liegen. Und ich vermute jetzt schon, wenn ich es lese, und das haben wir auch schon festgestellt, dass sie natürlich schon sehr viel über sich selbst sprechen. Es gibt eine Stelle, die fand ich sehr faszinierend, weil es gibt immer wieder Stellen, wo die Familie vorkommt, also wo der Vater vorkommt. Der Vater hat ein sehr eigentümliches Verhältnis zu den Bergen. Also er stellt irgendwann mal fest, diese Berge knacken und die leben, die bewegen sich, die können irgendwie auch zusammenbrechen. Der glaubt auch an so eine Magie der Orte, dass sie so irgendwie Kraft haben. Ist das, was Ihnen begegnet ist in Ihrer Familie oder ist das einfach etwas, was Sie interessiert? Nein, mich interessieren die Berge ganz stark durch meinen Vater. Mein Vater war mit den Bergen sehr stark verbunden, war Sportler, Skifahrer, er war auch mit dem Schweizer Sportverband, er war ein früher Sportmanager, war nicht ein Sepp Blatter war er nicht, aber es ging in die Richtung ein bisschen, aber er hat es besonders in Mürn hatten wir unser zweites Zuhause und ich glaube, durch ihn habe ich die Bergwelt natürlich auch so intensiv zu lieben gelernt. Für ihn haben die Berge schon auch eine Sprache gesprochen und haben sicher, er war Kletterer und gerade der Schwarze Mönch, der kommt vor dort drin, das ist natürlich ein Alpengebiet, das insofern auch in der Popkultur ja auch widerspiegelt wird durch Tolkien, der ganz klar dort dieses Tal, dieses Lauterbrunnen-Tal besucht hat, der Lütschinnenfluss kommt bei ihm vor und das Silberhorn und gut, das ist für mich eher natürlich Kulisse, um gewisse Szenen abzuspielen, aber natürlich spielt das Buch mehrheitlich in Berglandschaften und dort sind natürlich die Anzeichen der Veränderung der Klimasituation ganz stark zu sehen. Ich meine, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren, aber die Berge verändern sich auch in der Look der Berge, wie die ausschauen, durch das das einfach weniger Gletscher hat. Also im Grunde sind wir da jetzt, haben wir eigentlich eine schöne Runde gedreht, weil wir eigentlich angefangen haben mit der Frage sozusagen nach Krisen, die sich da ja abbilden und ich glaube, das haben wir nicht hier auf der Bühne gesagt, das haben wir vorher kurz festgestellt, dass natürlich, warum das jetzt so gut zu passen scheint, also ich habe das jetzt in den letzten Tagen gelesen und gerade diese Fahrten über die Autobahnen mit diesen Bildern sozusagen des Katastrophischen oder auch diese Leere, die sprechen dann natürlich jetzt vielleicht anders an, als wenn ich jetzt auf einer Südseeinsel gerade Urlaub machen würde und nicht in so einer Stadt sein würde, wo ich gestern um 11 Uhr abends rauchend rausging und wo einfach keiner mehr auf der Straße war, was sonst nur am 23. und 24. Dezember der Fall ist. Aber das passt natürlich nur, weil es generell um eine eher krisenhafte Situation geht, die eher dann vielleicht auch was mit Klimawandel, aber auch politischen Verhältnissen zu tun hat. Also bei vielen dieser Bildern denkt man dann eben, denkt man vielleicht an Flüchtlinge aus Syrien, das Thema der Grenzen und dieser Fluchthilfe kommt immer wieder vor. Es ist nicht nur der Chef vom Fahrdienst, sondern es ist auch der Sohn. Müssen wir jetzt nicht alles erzählen und verraten, aber da gibt es auch eine Story, die mit quasi Fluchthilfe im weitesten Sinne zu tun hat. Also diese ganzen Themen tauchen darin auf, aber das Interessante daran finde ich immer, genau die Stellen, wo das verknüpft wird, mit einem bestimmten Selbstbild oder mit Problemen quasi der europäischen Gesellschaften im Umgang sozusagen mit der Wirklichkeit im Grunde. Und vielleicht das Letzte, was ich jetzt hier noch auf meinen vielen Verständn, ich gucke leider zu viel auf diese Zettel, ich weiß das, aber das liegt daran, dass ich immer hier scanne, was passt denn, woher habe ich ihn jetzt noch nicht. Und den habe ich jetzt, im Grunde im Moment ist der Fallschicht, den habe ich jetzt hier als letztes Stück noch. Und das würde ich als letztes Teil jetzt noch mal vorlesen. Die Stelle weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist auch Dr. Asikive aus Nigeria, der das sagt. Und er sagt Folgendes. Hier in diesem Breitengraden herrscht Zukunftsangst, Todesangst. Die Menschen in Mitteleuropa sind bedrückt. Trotzdem fällt kaum jemandem ein, die Trauer, die auf das Leid oder die Angst folgt, als einen krankhaften Zustand zu betrachten und einem Arzt zur Behandlung zu übergeben. Es ist irgendwie so klar, aber zugleich auch ein bisschen rätselhaft, was er da mit genau meint. Ich habe da so ein bisschen drüber gegrübelt, wie er das jetzt meint, der Dr. Asikive. Na gut, zu allem muss es keine Erklärung geben. Gut, der Doktor, er glaubt, dass man die Trauer wirklich ernst nehmen sollte, als ein Zustand, den man entweder behandeln kann oder den man leben sollte, ausleben sollte. Im Buch selber herrscht, wie gesagt, eine quasi zum Teil heitere Melancholie. Ich finde es momentan auch passend, für was sich hier momentan in den Strassen so abspielt, wenn ich in der U-Bahn stehe oder so. Man kann das nicht mit Ironie einfach vom Tisch wischen, was momentan geschieht. Und ich finde, man kann sich auch ein bisschen auf die Schwermut erinnern, besinnen sozusagen. Und ich denke nur an meine Zeit, dass das erste Joy Division Album rauskam oder eben diese Zeit, wo ich 18, 19 war, wo man, oder The Cure oder so. Ich komme jetzt einfach auf das, weil man hat damals die Schwermütigkeit oder so auch wirklich einfach gelebt. Man hat gesagt, okay, ja, das ist ein Zustand. Den kann man genießen auch. Ich würde fast sagen, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Ich bin mit meinen Zitaten hier ins Ende gekommen, wenn es jetzt nicht noch irgendwas, eine wichtige Message gibt, die wir jetzt noch hier noch nicht... Eine Message vom Doktor. Ich finde, das ist ein hervorragendes letztes Wort. Und wenn Sie einverstanden sind, dann sagen wir jetzt Ciao zu den... Ah ja, da sind sie ja, genau. Dann vielen Dank an euch, die ihr hier wart und an euch da draußen, die ihr uns zugeschaut habt oder zuschauen werdet. Vielen Dank.